So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon, gerne meinen Creator-Content rein, Y-T-Familic, denn es gibt was Neues im Alteb-Shop. Nämlich genau das Emote. Aber ganz ehrlich, ich glaube davon haben wir inzwischen drei, vier Stück. Ist ganz nett, aber naja. Naja. Da haben wir besser nichts dazu. So, das Weitere ist das komplette Muskelkater-Paket wieder drin, beziehungsweise Cartoon-Muskelkater. Denkt dran, da ist auch hier die Musik mit dabei, die echt nicht schlecht ist. Also, wo ich es rauskam, habe ich so lange gehört. Und dann das Tuff-Tuff-Emote. Das ist sogar noch besser. Aber, Dordog kostet 500. So, denkt auch mit dran, dass hier noch das Emote mit drin ist. Wie gesagt, mich kostet es jetzt noch 1,5. Ja gut, der Skin und die Pick-Ax. So, dann des Weiteren ist Fluff drin mit Pick-Ax. Dann noch die Pick-Ax-förstliche Zepth-Up. Dann Zucki ist ebenfalls zurück. Kupferwespe ist auch wieder da. Erst war sie ganz lange, lange Zeit nicht da. Jetzt Rump-Zock gefühlt immer. Heftiger Hieb. Stachel auch wieder drin, die Tarnung. Dann, der Glitzer-Goal ist immer noch drin. Dann Menschenbild ebenfalls. Rote Verteidigerin. Dann, komm doch. Dann, komm doch. Dann die Krabbe. Dann ein bisschen jonglieren. Dann, oberpeinlich. Und ich denke mal, der Shop ist wieder kleiner geworden. Merkt man. Dann Golden-Sension-Pakete. Wie gesagt, alle anderen normalen Pakete ebenfalls immer noch drin. Damit würde ich sagen, euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Leveln. Ich bin jetzt bei Level 137. Aber wie gesagt, ich mache eigentlich kaum noch irgendwas. Also in dem Sinne euch noch einen schönen Wochenstart. Ach, Wochenstart. Einen schönen Donnerstag. Und haut rein. Bye.